ja alles gut macht dann ist das an nichts ich muss stehen habe ich habe jetzt auch da das runterspringen auf die matten habe sie alle ab hier noch wie versprochen wieder ein gameplay x defiant und hier sieht man wieder natürlich warum macht das spiel so spaß schaut euch das ganze an ja lasst ein like da lasst einen kommentar da schreibt es mal rein ob ihr auch auf x defiant gehypt zeit oder so oft ob ihr euch darauf freut ja ich habe jetzt wieder der call of duty gespielt du musst sagen call of duty immer das gleiche problem mit matchmaking und time to kill ist einfach zu schnell und das sind so viele mich mechaniken wo die leute einfach deswegen kämpfen können weil sie ja sich hinlegen können und die diese overpowered waffen von shotgun sie einfach irgendwie nicht gepatcht werden ich bin auf jeden fall gespannt waren x defiant rauskommt die am gemeint ende sommer lasst noch einen kostenlosen abo da vielen dank für den support dafür wir werden auf jeden fall aktiv x defiant content raushauen wenn das spiel auch rauskommt also tipps tricks laura unterschiedliche waffen und unterschiedliche maps und modis also es wird richtig richtig geil schaut auch gerne auf twitch vorbei wenn ihr mitspielen wollte wenn ihr quatschen wollt wenn ihr auch um bock auf x defiant habt ja wir versuchen jetzt wirklich auf x defiant dann auch eine coole community zusätzlich aufzubauen würde mich sehr sehr freuen und viel spaß beim gameplay heute über sechs und sechs stunden gestreamt habe vielleicht kann ich noch eine runde ich weiß es nicht aber eigentlich wollte ich wirklich aufhören zu suchen und die maps haben die beste map auf dieser welt ich schwöre die beste map auf dieser welt ich mag diese map die macht so spaß ja man die school ich bin schon 36 36 ok manche schon in der 33 schon mal die gegner allen 88 du bist 19 ja du hast auch nicht so viel gespielt wie ich ich habe schon zwölf sagst du sechs mal mehr oh mein gott ich glaube es wird eine geile lobby weil level 8 und 8 ist es ist mein ich bin mit füßen am ende genau diese ja der spielt mit füße er rasiert mich warte meine frau was sagst du ja alles gut macht mich so lol er stirbt nicht dicker hekt er oder was der hund dann schmeckt in den rein welche von denen ich glaube ich habe ich habe ich reingeschmissen andere seite andere seite andere seite andere seite unten links und und euch habe ich es alle tun alle fenster 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 genau nein ich habe nicht falsch ich brauche ich noch leben 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 bitte irgendjemand lebt alles gut ich gehe nächstes pass überlebt andere seite haben wir machen wir machen die teile kaputt alter diese nades diese nades man ja alle spammen nades free in dem spiel es ist so kaufschmerzen ja wir haben noch nicht mal der man nicht mal zehn punkte die armen direkt spiel löschen ich weiß auch nades rein einfach nades da reinschmeißen ich bleib kurz noch hier der ist auch tot warte meine tochter ja einer hätte kannst du auch selber machen schnecke im bad okay nicht so viel aber nicht so viel schnecke und ein 1 1 1 1 3 in einen brä du mich töten aber ja ich komme ich komme alter weiß dass auch komisch ist in dem spiel free wenn du runterspringt auf gegner und dann amst irgendwie die schütze gehen auch nicht dahin ist voll komisch wie jetzt geraden richtig strange fühlt sich gut an da das runterspringen auf die matten habe sie alle ab hier noch einer habe ich bin auf flagge ich komme nicht durch nein wie schnell bin ich gar nicht gestorben oder was hast du mich gewonnen schottet sowas ich kann auch manchmal nicht böse ich mach ganz meck reiner stirbt welcher von denen ja schon wieder ich kann ja nicht wer ist der sack mit den armen muss rein rein ich glaube der kore bort der fakt wie viel schluckst du schon mal an fliege er schluckt wie seine mutter ganzen tag lang das willi leben kommt raus was andere seite auf er springt wie seine mutter ich muss das teils kaputt die machen ist halt von auf kaputt sagen schießen wir auf die wichser oder schmeißen keine ahnung habe ich löschen spiel löschen bruder ich habe 200 ich bin bei nex warte ich geht's hoch 200 prozent rein jetzt aber warte jetzt oh mein gott wie sie getötet habe sagen bitte klippen einmal hast du gerade gesehen fliege was ich mit ihm gemacht habe spiegel löscht sein und ja bis auf die gäste gerade einfach gelöscht was war das die scheiß nates dann in dem game die nächsten so unnötig ich werde sie so unnötig scheiß nates man die man hatten sind ok alle seiten ich brauche da ist noch einer wusste man ich habe schon 25 ja der stirbt nicht weil seine mutter unsterblich manchmal hilft registration ist so komisch wo sind die wo sind die da sind oben drauf sind oben drauf ich komme zu dir mit der cool danke kugel beste 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 kommt da und kommt treppe treppe leben kommt die in die ecke rein hier treppe treppe habe ich da was passiert nicht 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 wo die nades beim scheiße habe ich ich muss rausziehen ich kann ich verliebend ich gibt next let's go habe ich wenn da bin da bin da alles gut so oder wie ich sie rasiere diese runde oh mein gott ich habe keine munition mehr gibt die waffe nein gibt mir die mp nein nein 500 nades 500 nades die schmeißen ganze granaten die hunde das ist so dumm wenn du granate schmeißt wie lange du brauchst wieder zu eng das dauert zehn stunden einfach wieso die late patastrophe recht 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 wie die nächsten let's go next was ich nehme zwei mp5 mit oder was oder was ich verstehe manche nicht nach bruder nach bruder steht halt nicht schau den wixer an wir mich ab wie seine bruder alter es war so krass man geht wie er immer noch auf mich schießt obwohl ihr genau zwei mit ein meter hinter der zeit checken die leute sind so krass tunnel blick ich will nicht gegen die verlieren ich gehe next ich spiele die bots schrecklich fix ich sterbe immer noch ich bin schon längst im haus drin und sterbe immer noch macht schon sind scheiß netcode muss 100 prozent angeschaut werden das ist so lächerlich wie oft du hinter sachen wir sind eine mauer sich aufstellt wie seine mutter lasst es lasst es mit einem scheiß schild junge lebens drin gestorben also die machen hat sich nicht diese teile kaputt die leben bekommt klar weil die ganze zeit scheiß ich bin ich bin ich bin guter wie viele nates kommen denn ich würde ich spiel machen ich glaube die gegner haben jeder zwei nates anstatt 1 es fühlt sich so an schweizer langweils mich mit allen scheiß netz so eine scheiße dann bleiben wir jetzt hier die nates regen mich so auf habe ich noch eine kugel pro hilfe ja das china ausschalten du hast auch eine kugel oder hinter den kugel 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 sind hier warte ich habe 200 prozent alle hier rein weil es einfach bei mir ein runde noch mal zu schön war